In Schweden entfacht sich ein königlicher Familienstreit, der Prinzessin Viktoria vor eine schwierige Entscheidung stellt. Mit der Rückkehr von Prinzessin Madeleine werden die Karten neu gemischt. Vor kurzem kehrte Prinzessin Madeleine nach Schweden zurück und sorgt seitdem für Aufregung im königlichen Umfeld. Die Frage, die sich nun stellt, ist, wie sich die royalen Aufgaben und Verantwortlichkeiten in Zukunft verteilen werden. Bisher bildeten Kronprinzessin Viktoria und ihre Schwägerin Sophia ein perfekt eingespieltes Team. Doch wird sich das nun ändern? Es gibt Zoff hinter den Palastmauern. Zwischen Madeleine und Sophia hat es bereits in der Vergangenheit Konflikte gegeben. Der Grund dafür ist Emma Pernald, die zehn Jahre lang mit Sophias Ehemann Karl Philipp liiert war und immer noch eng mit Madeleine befreundet ist. Diese Freundschaft führte bereits mehrmals zu Spannungen zwischen den beiden Schwägerinnen und dazu, dass Madeleine aus Rücksicht auf Sophia ihre Freundin Emma von Feierlichkeiten ausschließen musste. Privat sind Madeleine und Emma jedoch immer noch eng verbunden und feierten sogar gemeinsam Madeleines Geburtstag im vergangenen Jahr. Mit Madeleines Rückkehr nach Schweden werden sie nun noch mehr Zeit miteinander verbringen, was zu erhöhtem Stress mit Sophia führen könnte. In dieser Situation könnte Viktoria in eine unangenehme Position geraten. Als zukünftige Königin möchte sie natürlich vermitteln, doch es wird eine Herausforderung sein, zwischen ihrer kleinen Schwester und ihrer geschätzten Schwägerin zu stehen. Es ist höchste Zeit, dass die friedliebende Kronprinzessin ihre streitenden Verwandten an einen Tisch bringt und zu einer Aussprache einlädt. Die kommenden Tage werden zeigen, ob Viktoria die Situation erfolgreich schlichten kann und ob das Powerfrauen-Duo zu einem Trio wird.